Mensch Die ist 30.000 immer schneller als so'n äh... oder so'n Turtle oder so'n Curry Ja, aber auch das Blut muss irgendwie Nachschub bringen Gut, wir haben die Villager-Farm jetzt noch Bitte dich Guck mal, wo ist mein Rucksäcker? Hier Da so'ne Mob-Farm war und die ganze Zeit getötet Hat er doch die Villager-Farm, die bringen am meisten Ja, guck Weil die Spawner war nicht so schnell, oder? Doch Muss nur Strom dann geschlossen werden, der Rest haben wir genug Und vor allem mal rechts geht Oh Bei Villager? Ja Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe Ich meine, ein Villager bringt mir so 5.000€ Ja Das könnte reichen Boah, ich hab' fast hinterlegt Schau' mal das mal ein bisschen Mein Tempelgräß ist nicht genannt Nein Ähm Dafür gibt's auch Schwerter, ne? Und was? Und das ist ein Ding? Ja Warte, dann hast du da auch nichts gelöstet Der hat so'n Schwert Spass dich Der wandert dich damit Ob, tue ich nicht Hör auf Dafür macht er mir jetzt kein Damage mehr, weil er Weakness drauf hat Ich Oh, halb zu herzen Lass es, lass es, lass es, lass es Lass es Tempel hässlich genannt Biede Biede, halbes Herz Biede Headshot Biede Headshot Und das dachten sich die Taliban auch Hör auf Blumen Gefarmt So Boah, ich hasse das Meist, das Schlimmste Ist gar nicht zu sterben, sondern das Schlimmste ist eigentlich Das Inventar wieder zu sortieren Genau I, I know that feeling Wow Das vergessen zu sagen So, ich mach mir jetzt auch mal So Wegbleiben, Leder Hm? Und schlippst dann nochmal da hinten Hab ich noch Marble-Blöcke? G寧 F pitcher Ja gut, mach erstmal ein Lick, ne Dödem 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 Flecker if of Gute Eingst config Entfange Wirds Angst oder sowas Hhhhh Nur nicht Bei so einem Psychopathen mit dir hab ich doch keine Angst. Doch, zu sterben. Also... Ich sterb ja nicht, ne? 173 Verurteilung. Habe ich noch zu viele Waypoints hier? Geh sie bitte. Sind sie willkommen. Jeder hat Angst, lass ihn doch bitte. Ich rieße grad einfach mal in seinen Tunnel rein. Ja gut, ich hab Lex, ne? Vielleicht hab ich leider noch zu Lex, weil ich brauche... Was machst du denn da? Ich lauf gerade weg. Ich hab allgemein gerade einen schlechten Ping. Was hab ich denn für einen? Hab ich eigentlich immer so einen Code-Fleder geknackt? Ja, ich hab 237 plus minus 370. Wer hat welchen Code geknackt? Naja, ich hab noch nicht. Also mein plus minus ist 100 mal so viel als mein Ping. Das ist doch was Feines. Jeder, kannst du vielleicht... Vorne gehen, danke. Bitte? Vorne gehen, danke. Wohin soll ich gehen? Vorne. Vorne. Warum? Brauchst du gar nicht das bei deinem? Hört mit Häubchen. Der möchte dir was schönes zeigen. Ist ja immer um 3, ok. Nein. So, ich schaufel ruhig mal... Wir machen jetzt noch 10 Minuten. Dann lass ich den ME-Quatsch erstmal fertig machen da. Damit der fertig wird heute. Doch, irgendwie. Ich weiß noch nicht wann, aber er wird fertig. Oh nein, schon wieder Regen. Tch 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 Hingehen und einmal Rechtsclip machen, dann finde ich dich ja auch, Deo. Hm? Du könnt auch einmal Rechtsclip machen, wenn ich... Oh nein, kann ich nicht. Das ist ja kein Blut, Deo. Ich habe noch genug Blut, um dich zu ficken. Ehh. Ah, ne? Mehr reicht's dann auch nicht. Das Leben reicht's dann nicht mehr, ne? Also, wer überlebt dann auch mit so einem halben Herz nur noch. Oh, wer? Na, 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 na. Pam, 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 pam. Ö, 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 ö. Ö, 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 ö. Kinder, habt ihr euch jetzt wieder darum lieb? Weiß ich nicht. Witte, ey, was machst du da? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Jesus, ich mach nie... Du bist nicht Jesus. Du bist auch noch nicht Jesus. Ich schweige denn Jesus. Dede freut sich, oh Dede freut sich. Hey, Dede Rena. Dede Rena. Dede Rena. Was? Dede heißt Verena? Öh. Mein Blut auch verloren. Ne, hab ich nicht. Stinkt. Das hat dir auch niemand beigebracht. Komm, wir brauchen eine Weech. Wir brauchen eine Weech. Wir brauchen eine Weech. Wir könnten höchstens Cobblestone in Recycler packen, den droppen lassen und alles löschen aus der Glowstone. Weil die Scrapboxen kann man ja immer noch normal herstellen, glaub ich, ne? Recycler. Da brauchen wir hier Eisen, Iron Plates, da brauchen wir diesen komischen Hammer. Dafür brauchen... Massenweise Eisen wieder. Und gleich einen Centus, der hier rein gefackelt kommt. Sicher doch. Ohne... Oh. Ohne einen... Absturz. Und gleich rein gefackelt bestimmt. So, sitze süchtig. Du hast kein Geld auf der Bank. Hä? Du hast nichts damit zu tun. Du bist ein Witch Kid, du bist ein... Du bist ein Lochie. Hm. Doch. Das ist eine Beleidigung. Nee. Ey. Lochie ist eine Beleidigung. Weißt du bist ein Lochie? Was sind meine Arten? Was bedeutet, dass ich aktiv bin? Ja, du bist ein Lochie. Loch, 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 Loch. Sehr gut. Okay, die komm... ich komm auch schon. Und das darfst du mich noch anwachsen, okay? schon wieder darauf dann stellt sich jetzt auch verhalten geben würde ich ein bisschen durch da kommen zurück und stellen auf 100 oder so 6 minuten alles hier der kiste ich habe jetzt auch das jenige eingeschmissen ich würde ich war das nicht von endermen